Wenn man ein gutes Selbstwertgefühl hat und Selbstliebe, dann sagt man Stopp, das ist die Grenze und die überschreitest du jetzt. Selbstliebe. Der Weg hat im Prinzip bis heute gedauert. Es ist ein sehr weiter Weg, würde ich sagen, um diese Selbstliebe zu finden. Irgendeine Stimme in mir drin war immer da, die gesagt hat, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug. Wer bestimmt denn eigentlich über mich? Man soll sich im Leben wohlfühlen, glücklich sein mit dem, was man ist. Wow, ich bin eine tolle Frau, ich bin eine super Frau, ich bin gut genug, ich bin genug. Das ist Selbstliebe, zu sagen, ich bin genug, ich bin toll.